Ich würde mal abhauen. Oh Tatsache, Tobi kommt. Oh scheiße. Tobi ist unterwegs. Jetzt hätte ich Angst. Echt? Echt? Jetzt hätte ich echt Angst. Ich hätte echt Angst. Tobi ist gerade echt bei der Sache. Ich habe echt Angst. Tobi ist direkt hinter dir, ne? Hört auf! Nein, ist er gar nicht. Doch, der versteckt sich. Ich verstecke mich wieder. Hey, wollt ihr mich verarschen? Das ist ja nicht mal lustig. Kann sich bitte direkt vor in den Knie und ihn dann so mit so Hunde Augen anschauen? So. Was ist denn jetzt? Du hast leider den Moment erwischt, in dem ich gerade wieder Internet hatte. Du kannst echt... Ich bin... geil, ich heiße einfach mal anders. Ich heiße Drake. Ich bin anders. Ich heiße... Wieso denn das, Alter? What the fuck? Okay, Ellie ist Mörder. Ja, ich bin... Ich bin einer Spektator. Mein Finger juckt. Dann mach den Finger zurück. Pass auf, ich jucke die ganzen. Oh. Wow. Wow! Vorricht Mörder! What the fuck? Ja, ich hatte die Waffe, ne? Nein, tschüss! Und... die Waffe. Nein! Ich bin eine Pflanze! Du siehst mich nicht! Ich bin eine Pflanze! Nein! 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 Okay! Ich bin eine Pflanze! Wie, okay? Ich bin nicht der Mörder! Ach, scheiße! Ja, wenn dein Mörder lange nichts tötet, fängt er nachher Zeit an zu rauchen. Zu rauchen? Ja. Sieht einfach los, leider. Einfach normal. So. Ich hab ne Waffe. Ich werde mich wehren. Oh mein Gott. Von wo kommt sie? Ja, da drin ist nämlich der Revolver, den du dir vielleicht holen könntest. Oh, 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 oh! Ah, guck mal, da ist sie schon. Ihr schon hinter dir. Ja, du bist tot. Du bist tot. Da, ne, das! Hast du sie gerade mit ne Waffe bewarfen? Ey, das hat sogar funktioniert. Renn weg! Renn einfach weg! Nimm dir die Waffe! Wo ist die Waffe von da? Die Waffe wäre, glaub ich, links. Da! Pflanze! 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 Nein, 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 nein! Das ist keine Waffe. Äh, was macht er? Ich spiel einfach weg! Jetzt wird's... Jetzt wird's lesbisch hier. Jetzt wird's lesbisch. Nimm das! Nimm das! Nimm das! Jetzt wird's lesbisch. Renn, hol, renn und hol die Waffe! Wo ist die Waffe denn? Renn einfach raus! Ja, nicht in diesem Raum! Sie zeigt dir jetzt, wo die Waffe liegt. Erst nehm ich einen... Im Müheimer! Der ersten Kaffee! Jetzt geh mal rechts! Die rennt und kommt! Links! Rechts! Irgendwo hin! Dreh dich um! Und jetzt geh geradeaus und dann gehst du links! Nein, da ist die Waffe! Ich bin immer... Ich bin Lois! Ich bin Frank! Ich bin Lois! 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 Ach, wie ich mich immer in diese Räume verlaufen aus denen... Keine... entkommen ist. Warum hast du mich erschaffen? Es tut mir leid, ich achte kurz rein. Warum tut ihr das? Ich muss gerne mal drauf losschießen. Nein. Wer ist denn jetzt noch am Leben von euch? Im Monat Olli. Find mich, find mich. Das Versteck funktioniert. Ja. Siehst du doch, funktioniert ja gerade sehr perfekt. Hätten wir nicht gelacht, dann hätte das ja als Haftfunktion ... Ich hab gerade Kumpelbärchen in meiner Hose gefunden. So nennst du ihn? Alter, dass du es so dämlich hast. Warum? Warum? Nein. Das ist meine... Das war mega lustig. Wie sie einfach so an der Tür vorbei ist. Habe ich dich erst trocken? Ein wenig. Ich darf nicht um die Ecke kommen sehen, deswegen darf ich mir so... Wir, die ist nicht in der Ecke versteckt. Boah, Olli, du bist so dummel echt. Ich hab's gehört. Warum hast du ihn nicht erschossen? Nein. 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 Oh, fuck. Nein. Du bist doch wieder an der Waffe vorbeigelaufen. Nein. Wunsch. Nein. Oh. Ich bin nicht. Nein. 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 Ihr hättet mich eigentlich so einfach mittlerweile haben müsst. Warte mal. Ich werde die Fußball nicht mehr einwandeln. Guck mal, Kustel oder Blaujau, nimm doch an. Oh. Haha, oppa. Ich mag jetzt noch ein paar Wester. Kannst du mich mal aufhören, so leicht erotisiert anzugucken? Als ob du geil auf diesen Waschbären wirst? Das sieht mega ekelhaft aus.